Er zählt zu den besten Gitarristen der Welt und zu den Superstars unter den Jazzmusikern. Pat Metheny, live zu sehen am 23. Mai 2014 im Oberschwabenhallenclub Ravensburg. Seit Jahrzehnten begeisterte der 20-malige Kremi-Gewinner sein Publikum und spielte mit Größen wie Steve Reich, Onet Kuhlman, Herbie Hancock, Johnny Mitchell und sogar David Bowie. Zu seiner hochkarätig besetzten Unity Group gehören der mehrfach ausgezeichnete Drummer Antonio Sanchez, der legendäre Saxophonist Chris Potter, der junge Bassist Ben Williams und Multi-Instrumentalist Giulio Carmasi. Die Pat Metheny Unity Group, beim Jubiläumskonzert 20 Jahre Jazz Time Ravensburg am 23. Mai 2014 im Oberschwabenhallenclub. Alle Infos zu den Tickets und der Band unter jazztime-ravensburg.de